Ai 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 ai... Da hatte ich jetzt wieder kein Bild in der Zwischensek ... Aber du hast überhaupt kein Bild dann? Also ich hatte in der Zwischensekrenz kein Bild, bzw. ich hatte Bilder, aber es hat kein Bild aufgenommen. OK. Hörst du die knacken? Nee. Oh, ich hasse das. Ich musste die geradeaus machen, die Heizung, weil sonst zu warm und so, weil Tür zu und alles. Der Hund, der hat schon einen halben Napf leer gesuppelt. Der wird hier drinnen gegart. Jetzt sprechen sie Englisch? Okay. So, wir sind mit dem Auto jetzt hier hingefahren. Nein, ich will die Waffe... Kann ich nicht eine zweite Waffe nehmen? Okay, ich kann auf jeden Fall keine zweite Waffe nehmen. Denken wir mal dann einfach hier, ne? Ja. Ah! Bei Vampiren sehe ich uns. Vampire? Wenn es Zombies gibt, dann gibt es auch Vampire und Werbe von so einem Gram. Ich habe Untertitel an. Zum Glück. Ich verstehe nicht, warum es jetzt auf einmal Englisch ist. Keine Ahnung. Das ist total Banane. Ich habe es nicht umgestellt. Ja, ich auch nicht. Wie wär's, wenn ihr mal treffen würdet, meine Güte? Oh, ich brauche eine Nahkampfwaffe. Okay. Ich wollte dich nicht anschießen. Oh, ich brauche eine Nahkampfwaffe. Ich brauche eine Nahkampfwaffe. Er lag am Auto vorhin. Beim Start. Da lag das Schwert. Ernsthaft jetzt? Ja. Oh. Soll ich mit dir nochmal zurückgehen? Ach nee. Ich finde gleich schon was. Jockey! Der Jockey findet dich erst mal. Guck mal, hier ist so ein hübscher Laden. Findet man doch sicher irgendwas. Bestimmt so eine Katana drin oder so ein... Hilfvollschläger! Ja. So, gehst du schon wieder so geduckt? Echt? Ja. Naja, aber ich hätte mich jetzt auch gewundert, wenn da jetzt einer wär. Ich werd grad geheilt. Kannst du mich mal bitte weiterhören? Ja, du bist ja schon... Ziemlich am Hintern. Okay, er halt mich nicht weiter. Gut, kann ich mit leben. Oh ja. Hier war schon mal einer vor uns. Ja, Zombies? Du rennst einfach an den Zombies vorbei. Ja, Büroarbeit ist Mord, ne? Ja, da kommt einer durch das Fenster gekrabbelt. Warte. Wuh! Okay, aus der Tür kommt nicht mehr raus. Wie denn? Wie ist der jetzt hier rein? Das möchte ich hier gerne mal wissen, ne? Was? Alter, das ist hier... Ja, am Fenster hochklettern. Falsch. Du hast ja gar nicht gesprochen... Da! Boomer! Boomer! War das... Splitter oder irgendwie sowas. Boomergeilenflüssigkeit ist hier noch ekliger. Ah! Die Waffe ist Mist! Muss ich grad mal sagen. hat so was schönes angehabt ich habe einer gleiche gerade voll da rein geschossen ich denke mal hier oder was soll mit checken ja lockers die regale ich weiß gar nicht wo wir sind ich bin hier ganz alleine draußen bist du auch rein ich komme ich bin die tür okay der ganze was aufnehmen eigentlich in der schmerzmittel ok aber jetzt kommen wir raus oder ich glaube hier bei mir sagte sie und wurde angesprungen von wieder ich will nicht besprungen werden ich habe versucht auf ihn zu schießen alles gut wieder sie kommen du hast die meute aufgewiegelt ja klar warum ich das wie zu er die meute aufgewiegelt weil ich habe das auto angeschossen hat oder so oh nein scheiße hör auf anstatt du dich beschweren kannst du auch einfach kämpfen junger mann hör auf diese waffe ist dann im breinzelt mit das auto verflucht oh mein gott es tut mir leid dass ich auf das auto geschossen habe ich mache hier immer diese holigen hier geht's rein hier ist eine andere hast du gesehen da soll ich eine andere kann die nicht nehmen das ist wahrscheinlich die die du hast das kostet upstairs hübsch wo mich ging es noch weiter hoch lass meine freundin wo ist er hast du ein gekillt nach unten ist er irgendwie oder tot ich weiß nicht schon bleiben ist da oben denn noch jene hier oben ist nichts mehr okay ich dachte vielleicht könnte man das einsammeln ein raum ohne ja schon wieder so ein spucker bist du ach da ich versuche gerade zu zu verstehen wo gelangt müssen nicht auf die autos schießen nicht auf die das ist das park da nicht auf den park nicht auf den park durch den park ah ja ja schon wieder her ja schon wieder her weißt was ich nicht verstehe da steht ja ich habe die meute aufgewicke aufgewicke wegen der alarmanlage so aber so wie wir hier rum ballern von der lautstärke her das ist nicht schießen ich will wissen was wird der ist man ich will die im arm nehmen und trösten wir müssen irgendwie nicht angreifen kommen wir da vorbei ich weiß nicht ob wir überhaupt vorbeikommen also von der seite hier nicht andere seite nein oder nein was ist das keine ahnung was ich will wir kommen nicht an die vorbeiklaube ich dann wirst du wirklich mal sehen was passiert Boah, hab ich mich jetzt erschrocken, ey! Ich glaub, wir müssen sie tatsächlich, ne? Wir kommen da auch wirklich nicht vorbei, ne? Oh, da... Ich geh mal hin. Ihr deckt mir den Rücken, ja? Ich werd grad gehalten, ich kann gar nicht hinterher. Okay. Wie kommt's? Wäre wegrenne Option? Ich glaube nicht. Komm her. Was auch! Warum mich? Ich hab nicht geschossen! Wir haben sie! Ja! Toll! Ich bin echt tot! Ich bin gleich tot! Wenn die Jungs, werd ich den Rücken halten! Danke! Danke, Jungs! Hey! Klappe da! Ja! Get that zombie! Hör auf dich zu beschweren! Hör auf dich zu beschweren! Ist nicht so, als hätte ich mir nicht auch schon öfters mal einer reingedonnert! Jungs! Ah, da! Ja! 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 Ah! Boomer! Nee, Hunter! Ich bin hier schon dabei! Ich schieße mir in den Hintern! Oh! 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 Ach, mich juckt's! Die Säure! Wo ist das? Wo ist das? Wo, wo? Wo, wo? Warum kann ich keine zwei Waffen anlegen plötzlich? Wo ist denn hier der Schutzraum? Wo seid ihr denn alle? Wo bin ich? Warte, ich bin auch noch nicht im Schutzraum. Acht hier! Ich bin hier oben! Was? Hier! 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 ich glaube wir müssen dadurch um zu dem schutzraum zu kommen hier hier, hier, hier Entschuldigung AHHHHHHHHH NEIN WONDER NICHT MEINE FREUNDIN Bist du drinnen? NEIN Entschuldigung Da bin ich Boah, ich brauch ne andere Waffe Oh, die war ätzend, ne? Boah, die war richtig ätzend, ehrlich Boah, und dann auch nur eine Beim letzten konnten wir zumindest zwei Waffen haben Bitch Jäger Obwohl sie dich auf den Boden gezwungen hat, hast du ihr den meisten Schaden zugefügt Nein, nur den zweiten meisten Oh, neue Waffe Und Medipid Alle räubern schonen da richtig Ich brauch erstmal ne neue Waffe Ähm, was nehm ich denn? Kannst du nen Golfschläger nehmen? Kannst du nen Golfschläger nehmen? Ich glaub ich nehm die Die war gar nicht so verkehrt So, ich hab ne Katana Jo, gut Was hast du als Zweitwaffe? Oh, jetzt kann ich doch ne Zweitwaffe nehmen Cool Willst du die lieber oder soll ich den Golfschläger nehmen oder willst du? Wie willst du's denn am liebsten? Also mir ist es egal, ich kann auch den Golfschläger nehmen Ach komm, ich versuch mal den Golfschläger Alles klar Ja, ne Axt ist hier ja leider nicht Okay Wo müssen wir denn? Wir müssen da raus, ne? Ja Da So Ready or not So Hallo Hallo Ja Geht ganz gut, die Waffe Ich hab das noch nie gesehen, dass jemand einen mit nem Golfschläger den Kopf abschlagen kann Muss man gleich mal ausprobieren, ob das wirklich geht Hast du mir grade gestanden, dass du nen Mord begehen möchtest? Nein Das war ein Vorschlag Okay, dann frag ich besser Hast du mir grade vorgeschlagen, einen Mord zu begehen? Ja Ja Aber nicht an mir Das wär ja doof, dann könnte ich dir das ja gar nicht mehr mitteilen Nein, bleib hier! Verflucht! Der kann jetzt schon wieder abgehauen Was? Incoming! Nein Nein Ich steh in der Säure Oh Und du liegst Was? Was ist das denn? Hast du das gehört? Es klang nach einem Baby Es klang nach einem Baby Oder sowas Ich hatte jetzt an Katze gedacht Ah, da Sie wieder so ne Säure Tante Ja Ich heil mich mal eben Oh, Moment Ich muss mich mal heilen Hi Wie wir zusammen gestöhnt haben Oh, ein Tattoo Studio, geil! Ah, was nehm ich denn? Ah, da kommt noch mehr Boomer Da soll irgendwo ein Boomer sein Okay Ups, oder? Aber der wieder wieder Der ist richtig leicht zu töten, ne? Das ist schon okay Ja Ich weiß ja nicht, ob man draufhackt dann wieder Da rennt schon wieder eine mit so'n Sieht aus, als wäre der Medikit auch Ist das vielleicht immer derselbe? Hm Müssen wir den... verfolgen wir den eigentlich vielleicht? Ich weiß nicht, ob er den schießt, aber Hast du eigentlich The Last of Us gespielt? Nein Das hast du den PC? Das ist wie Zaya zu folgende Errungenschaft Loch im Kopf Toll Ja, aber lass doch fast weiter mit dem PC Nee, nee, stimmt Ich hab, ich hab vergessen, dass du nur PC Ah, ich werd' gefressen! Ich komm' nicht in die Röhre Nein, ich bin tot Und ich komm' nicht rein N Wann wo? Ich komm' nicht durch Bücken Bücken Willst du mich... Ja, ich duck' mich! Jetzt Jetzt Die Höhre Ich glaub' ich hätte mir den Weg zu dir Ah Kommen wir jetzt hier wieder hoch? Hämmern an der Tür Ich hab's vernommen Ich weiß noch nicht, welche Tür gemeint ist Ich glaub' die, die rot beleuchtet ist Die kann man durch Nee Hier ist eine Klasse Die Treppen hoch hat er gesagt, okay Wer hat irgendwas? Ja Ja Nein Wer hat was? Mein Schuggi Der ist so wieder der Kerl von mir und mir vorbeigerannt Ich sag' doch, das ist bestimmt immer derselbe Wir müssen dem nur folgen Er hat vorhin gesagt, wir müssen die Treppe hier hoch Okay Aber Ja, da ist der Kerl ein langer Rand So, hier Wo bist du? Ähm, wo bist du? Hallo Hallo Ich bin im Haus Was? Äh Im Haus? Im Haus Ah Warte, hier, 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 hier Red gesagt, gerade also einer hat Wir müssen hier die Treppen hoch Okay, dann gehen wir Ritamau Ich soll doch Ich weiß ja nicht, ich folge auch nur Anweisungen. Hier ist eine Truhe auf jeden Fall. Ein Schmerzmittel. Toll. Aha, hier können wir in die andere Woche rein. Ah, ich werde voll gekostet. Oh, scheiße, ich brauche voll Munition, ey. Ja, ich habe auch keine mehr. Ja, ich habe nur noch Munition, ich meine Leben. Deswegen kann ich auch gar nicht mehr so schnell laufen. Versuch dich gerade zu finden, wo bist du? Ah. Was? Ich habe dich gerade gehauen? Ist das dein Ernst? Nimm's. Ah, ich versuch's. Super. Geil. Ah, hier, 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 nicht runter. Ja, ja, ich bin nur da. Ach, Mann. Immer diese Viecher hier. Äh. Kotzviecher. Ich kann nicht viel lauten, Jungs. Volkst du mir? Hier, hier, hier. Ah, hier. Oh, nein. Oh, scheiße. Hier. Hier. Waren wir hier nicht schon? Keine Ahnung. Ja, wir müssen noch einen runter, glaube ich, oder? Sind wir nicht von hier gekommen? Nein, das sind Zombies. Das sind wir nicht hergekommen. Boah. Rein. Einfach rein. Ah, mein Gott. Ich muss doch Schmerzmittel nehmen. Ich hab trotzdem noch keine Munition mehr. Hallo. Ja, den Kopf durch die Wand ist keine so Bedeutung. Toiletten überprüfen. Ähm, runter, würde ich sagen. Ach, du bist schon unten. Joa. Wuhu. Ah. Animo. Denk ihn ab. Ich hab nur ein Messer. Ich hab nur ein Messer. Denk ihn ab. Ich hab nur ein Messer. Ja, ich hab ja von hinten penetriert damit. Folgt man mir? Ich würd gerne ein Medikit haben. Ja, ich auch. Was ist das hier, ey, für ein Ort? Das ist schon viel zu lange, zu leise, ey. Oh ja, und die Jungs müssen auch kommen. Medikit! Geil. Nur eins? Guck, äh, guck mal rechts, äh, 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 oh. Links, 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 genau, genau, genau. Guck mal hier, oh, da. Ah! Jo. Alles klar, ich überlasse mal gut euch. Hier ist noch ein Medikit, hier drinnen. Ja, warte, ich seh dich grad nicht. Hier. Da. Ah. Danke. Dankeschön. Zack, zack, zack. Häng doch nicht so fest. Okay, ich folge hier. Oh. Nein. Oh. Ich hab mich doch eben erst geheilt. Ich hab versucht, dich zu retten. Ich seh nichts mehr. Und Boomer hat sich vorgekommen. Danke. Ich glaub hier. Oh nein, hier weint schon wieder was. Das ist eine sehr fiese Stelle für diese Leute. Entschuldigung. Nein, ich wurde gerade angeschlossen. Entschuldige mich. Ich möge, dass ich angeschlossen wurde. Da drüben. Oh, Medikit. Oder? Ja. Oh nein, das ist die Witch. Oh Gott. Ich dachte, das wäre ein Medikit, das da im Wasser schwimmt. Dabei ist das ihr Kopf gewesen. Ich hab den Typ getötet, den wir die ganze Zeit verfolgt haben. Der hat wirklich... Die sitzt da hinten in der Ecke. Siehst du das Rote da? Ja. Ja, also ich weiß gar nicht, wo wir langen müssen. Nicht da entlang. Also wir müssen hier irgendwie hoch. Da. Folge mir. Wo bist du denn? Kannst du hüpfen? Ah, da. Da. Aber ich glaub, hier kommen wir nicht hoch. Von wegen... Oh, hier folge mich. Aber hier war eine Treppe. Hier, wo ich bin. Hier. War das nicht da, wo wir runtergesprungen sind? Ich sehe nichts. Hier ist eine Treppe. Wir kommen nicht hoch. Scheiße. Nick hat die Witch aufgeschreckt. Wow, toll gemacht, Nick. Ich sehe nichts. Ja, Nick hat sie aufgeschreckt, also Nick auch damit klarkommt, finde ich. Also es war... Wo ist die Alltag? Da! Coach musste damit klarkommen. Hier geht's auch nicht hoch. Nee. Ich folge dir. Ich sehe dich hüpfen. Wir hätten so oder so wohl an der Witch vorbeigemusst. Aber scheinlich hätten es aber trotzdem noch geschafft, irgend so aufzuschrecken. So, hier sind mehrere Wege. Hier liegt ihr Medi-Kett. Medi-Pett! Ja. Ja. Das ist hier. Ach, du hast auch eins. Aber hier liegt auch noch eins. Wo bist du? Ich bin hier an einem Gang weiter in... Also... Wo wir hoch und Kette sind. Komm, ich komm, ich komm, ich komm. Ist das noch eins? Da liegt halt noch mehr die Kinder. Das kann man aber nicht benutzen. Man können die anderen nehmen. Ja, du bist voll. Das ist schon eins, glaube ich. Können die anderen nehmen, dann. Das ist ein Spitter-Dude! Was, du mal? Auf damit. Oh, Munition. Ah, wuhu! Oh, nicht schon wieder Lärm. Char-Cha? Char-Cha? Keine Ahnung wo. Char-Cha? Wie sollen wir denn da rüberkommen? Springen? Das schaffen wir doch niemals. Ich weiß es nicht. Müssen wir vielleicht hier runter, weil hier... Ne, da... Da geht's nur der Weg zurück, ne? Müssen wir da überhaupt drüber sprengen? Müssen wir da nicht runter? Also der Schutzraum ist da hinten. Ich denke, wir müssen da runter. Fällt der Alarm irgendwann auch wieder auf. Wahrscheinlich nicht so lange wie hier stehen. Dann lasst uns einfach... Lass uns einfach da runter springen und dann einfach da hinrennen. Nein, das funktioniert definitiv nicht. Ich gehe dann auf die andere Seite. Einfach rein! Nein! Ich renne zum Dingens. Ich renne zu. Zum Schutzraum. Hier ist was. Hier ist was. Hier ist eine Leiter. Oh, komm! Geh auf! Da ist auch der Typ wieder gewesen. Der ist gerade da vor uns weggerannt. Aber ich hatte doch einen von denen erledigt. Dann sind es doch verschiedene. Jungs, ihr seid da? Gut. Kopflos hast du da langt. Echt? Ja. Ja, das kommt halt davon, dass man immer nur so Mittelalter-Spiele spielt. Ich kann besser irgendwie Nahkampf als mit dieser scheiß Waffe, ey. Okay, ich habe keine Munition mehr. Das heißt, ich musste sowieso nachschauen. Und daneben ist wieder Serben. Ich weiß, aber ich finde gerade überhaupt keine Zeit mich zu reparieren. Nein, hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Ich bin da! Ich bin da! Get up! Get up! Upsala! Okay, ich bin oben! Du auch? Nein! Ich habe auch den Jungs geholfen. Da, ich bin da! Ja, Heilung! Heil dich! Wer ich? Ach ja! 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 Schon wieder vergessen! Ah! Ich werde gerade voll gekotzt! Oh, Kacke! Ah, das hat ja jetzt voll was gebracht, ey! Ich muss mich jetzt mal heilen! Ja! Ja! Heile dich! Ich brauche mich zu heilen! Oh, ja! Ups! Schiri! Sch Lucy! Stille! Das hat es jetzt gebracht, mich dazu heilen! Oh, immerhin! Oh! Da ist noch einer draußen, Glaube! ernsthaft jetzt jetzt warum ja nick auch das gibt es nicht wo ist er denn jetzt geblieben wo ist er denn ich sehe ihn nicht weiß ich wo ist nick ist tot alles klar jetzt müssen wir zurück kautsch komm her irgendwas ist da unten los sieht nicht gut aus ich würde vorschlagen wir haben hier drinnen tja männer opfer müssen gebracht werden irgendwas war da unten hast du gesehen wie schnell das leben weg ging ach diesmal ich denke mir hast einen witzschaden gemacht der hat wird